hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von ne von seven days to die und wir sind jetzt gerade dabei den abstieg zu beginnen weil in der letzten vorige tage ja nacht die nächte der nächte der nacht genau 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 diese nicht mehr deswegen wisst ihr immer noch nicht kann also wie sie kann ich meine ich habe kaum noch welche das waren 48 stück die ich hatte ich habe mich ich habe mich vor der kiste erschrocken so geht es auch schweiß colli rennen alter so ein zocker plups solltest du oben bleiben sollen helfe da kommt doch einer da kommt doch einer ja da kommt doch einer ah colli helfe wie schießt man mit komisch helia helfe helfe ich beschäftige dich hier oben was ist mit dem da unten hier kommt doch einer durch die tüche glaube ich ja nie der zockt so sehr alles leer ist so schnell ich muss runter schweiß er lebt noch jetzt nicht mehr oh alter ja ist das schön voll die panik da renn sie hör her verfolgt sag ja alter alter ich hab den knopf gedrückt wir sind hier nicht alleine hier fehlen partner da ist auch was kaputt geschlagen kalima renne die hören sich aber nicht freundlich an nö glaubt die wollen keine freunde oh freunde total toll alles klar helia ja mit a i die kann man sich auch ganz gerne im Beinbruch zulegen ja einfach nur runter rennen eigentlich auch nicht spring groß ok ich bin gesprungen was war das bei der dase schuldig al kariba wieso al kariba ich hab irgendwie al kariba verstanden nein bei der dase hop hop lieber mit dir gehen wir noch eins tiefer ich rippe rein hier ne wir sind richtig ach hier bin ich hallo was laut Entschuldigung Treffpunkt da ist jemand wach geworden ich hab's gehört wo bist du denn unten ja ich renne aus dem haus das ist nicht mordsgefährlich hier könnte auch Lootzeug sein hi ja könnte ich lebe noch ja ich fühl mich auch noch halbwegs lebendig herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch Tito warte mal ja was ähm ja ich hab hunger Helia kam ich haben noch nicht wo willst du denn hin na ja da ist noch nur na ja so n na ja ja kommunikation ja ja wir brauchen Fleisch okay hast du bock auf erkundungstour können wir machen bin ich dabei auch die hütte hat da oben sehr viele eisen dinger parat ich brauche jucker nein da kann ich ein bisschen saft machen ja nur nicht so schnell rennen ich nehme mal das ei mit weil hier ist blei das blei mache ich mir jetzt gerade nicht so viel oh mein gott hier sind bäume gespawnt hier sind noch mehr bäume gespawnt ich habe angst man spawnt die zombies die kommen noch lassen sich zeit da ist jemand sauer Tor? Zeus? Da rennt Fleischeslust. Hedia, wie viel Platz hast du denn im Inventar? Kein. Scheiße. Kein. Keinen? Einen. Oder ich mach Pfeile, warte. Fertigen, so. Jetzt hab ich mehrere. Okay. Ich hab den Kaktus getrunken. Och Mann. Ich muss aber aufpassen, weil das Ding verliert ja Knochenfett. Was war denn das? Mikroraptor oder ein Blatt? Wartet mal, ich kann ja eigentlich... Okay, das... Oder hast du noch leere Flaschen? Ich hab unter anderem leere Flaschen noch, ja. Dann doch meine leeren Flaschen. Gibt doch einfach. Hast du auch Eier? Ich hab insgesamt drei... Hast du Eier? ... drei Plätze frei. Ja, hab ich. Deine Eier? Das steckt ja. Ich hab Kandis aller Eier, die rutschen weg. Hast du bestimmt nicht. Du hast meine Eier? Ich hab deine Eier jetzt. Okay, vielleicht hab ich ja mal im Inventar unten. So. Helia! Voll toll. Ah? Voll toll. Wunderschön. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt geh ich zur nächsten Zeit... ... die... ... die Scheiße. Hackst du gerade auf meinen Stein? Nein! Sammelst du die Kohle ein? Nein. Du meinst bleiben. Is einsammeln? Die Kohle, ja. Ja, obwohl wir das haben mich auch ein. Sammel gerade Blei ein. Keine Kohle. da lag nur blei auf dem boden aber ich hatte noch ich bin fertig mit nachdenken ich habe mich noch nebenbei um um den arsch zu retten wenn benötigt ich wollte einfach nur dämlich lachen baum fällt wie soll man denn da hoch scheiß geläcke rennen um den stein rum macht die dinger da weg was für dinger da kam alter ich bin infiziert läuft noch da hinten das war ja wie bei resident evil da ist er gerannt ich bin auch fast tot alter ich bin infiziert was brauche ich dafür habe ich nicht ja hat ich muss erstmal verbände haben wir zu hause ich schmeiß raus honig ja danke ich muss mich heilen und ich habe glaube ich nichts dabei zum heilen ich habe keine verbände ich habe keine verbände dabei ich trotte wo ist zu hause da ja wie ist ich 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 drehe mich um und um plötzlich sehe ich da nur diese horde auf mich suchen die war für dich bestimmt so paar zentimeter von mir noch entfernt hast du dich gefreut ich habe mich erschrocken weil die aussehen wie bei resident evil ja guck mal die hast du hier sie sind auch totschick die waren gemein zu mir wir haben hier was aus dem bein gehapst haben wir den rücken gezerrt hast also haben wir jetzt auch die runde je höher das level umso schöner wird es ja so ich bin rausgetappt wie geht denn sowas geil das geht ja wir müssen loten gehen und gucken das müssten wir mal tun geil in die allerwerteste geschossen irgendwie knapp am nacken vorbei wie ist geben nägel was schmeiß ich denn dafür raus das fede so das nehme ich noch mit den kann ich nicht einfach so schnell liegen lassen diesen steinklug nein das geht gar nicht ich mache gerade so viele pfeile hast du eine waffe waffe ähm scharfschützengewehr habe ich ja mit muni ja scharfschützengewehr gegen hunde sind blöd so eine pistole mach ich nicht ich benutze diese ich benutze die nur there das steht aber Ich liebe Zielfernrohr. Macht so viel Spaß immer. Ja, mit A. Hallo. Rücken-Schuss, äh, Rücken-Schuss, nicht Schuss. Elia! Ja? Renn! Was denkst du, was ich hier mache? Ich habe nur 35 Leben. What? Ja, die haben sehr gut zugehabt, die guten. Hast du Hunger? Es ist ein Speck mit Ei. Das heilt dich auch noch. Aber ich habe doch gerade gegessen. Ein bisschen habe ich noch Hunger. Es ist ein Speck mit Ei. Das heilt dich aber auch, ne? Okay. Hoch. Also ich bin schon fertig hier heilt. Ich bin bei 128. Nice. Du musst dann halt das gute Essen essen, weißt du? Du, Mini-Rock. Mein Mini-Rock? Ja, mein Mini-Rock, oh my god. Ja, mein Mini-Rock, oh my god. Ja, mein Mini-Rock, oh my god. Interessiert ihn anscheinend nicht. Den nehme ich doch mit, ich habe voll Bock. Ey, das brauchen wir auch, das Zeug hier. Ich muss die Stacheln doch verbessern. Eisen habe ich ein bisschen eingesammelt. Na ja, das kostet glaube ich immer, wenn man es aufwertet, 40. Aber ich will hier nicht so ein Ding lanschen. Ich habe keine Lust. 36 habe ich für dich. 36 ist zu wenig. Ach man. Ich mache jetzt ein mehr. Ja. 15. Jaaa. 51. Reicht das jetzt? Äh, nee. Zu wenig. Okay. Da sein können. Nee, das ist zu wenig, du. Wissen, du kannst doch einfach mal, wenn du Langeweile hast, anstatt zugehen kannst, doch mal hier durchs Feld und die Dinger hier holen. Rad kaputt. Ja, und dann fliege ich in die Luft. Ich muss dir aufpassen. Was machst du? Auf die Radkappe schießen. Da bringt nichts, ich habe die jetzt getroffen. Ich stehe jetzt echt. Wahre deine Munition, Kind. Ja. Wir müssen uns auch mal wieder Wasser holen, ne? Mein Schrank. Bei uns. Okay. Wenn du meinst. Da ist genug. Oder dann willst du wieder auf Yuka Yuka zurückgehen. Naja, das ist in Ordnung. G seul. Dach! Oh! Dach! Dachkappe! Dachkappe! Das hier ne schöne Umschreibung! Dachkappe. 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 Ach, biting luôn. Das ist echt das was. Soll ich mir jetzt mal das Zielfernrohr drauf schießen? Und? Geht's dir gut? Da kommt ne heule Meid. Elia, du hast dich aufgepasst. Ich schieße die ganze Zeit auf sie. Ja du hast auch ne Waffe ey, woher siehst du denn das? Du gehst auf Dab und dann gehst du da ganz rechts oben auf Schöpilea und dann kannst du sehen und ich bin Level 33, ich glaub die Hunde sind wegen mir gekommen. Tut mir leid. Weil ich das höhere Level habe. Puh! Puh! Ich schlieb da auch. Dann hau ich eben ab von dir. Mir doch egal. Nein, du bleibst schön bei mir. Tschüss! Auf umdrehen muss ich doch die Hunde retzen, damit ich in Ruhe abschießen kann. Ja na klar! Dafür bin ich gut oder wie? Ja ich beschütze dich. Ich hab gesagt, geh auf den Stein da drauf. Ja, da kann man nicht rauf. Du hast es getan. Nein, ich hab mich hochgebaut. Also, ja, also immer weil so ne Wunde Dings da kommt, sind... Ich hab mich da auch mal gerettet mit Pfeil und Bogen von unten rauf geschossen. War echt nice. Mhm. Voll, die kommt wegen dir und ich bin dran ey. Ja nicht, die waren auf dich fixiert, ja. Ja, weil ich, äh, weil ich vor ihnen stand. Eigentlich waren die wegen dir da. Mhm. Wie kann ich hier nicht so stehen lassen? Muss ich mit. Elia? Ich geh mal looten. Deine Freundin kommt gleich. Elia. Wie? Aber ich will nur sagen, sie kommt dann in der nächsten Folge. Ihr Lieben. Katastrophe. Uff. Elia ist mutig. Sie geht einfach in Häuser rein. Elia, wir machen eine Aufnahme-Pause. Ja, das habe ich voll krass vernommen. Äh, aber wieso machst du auf? Jetzt kommt Zombie raus, knallt uns von der Seite und das Gebrüll ist groß. Damit Luft da ist. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.